Hallo miteinander, es ist mal wieder so weit, vor Weihnachtszeit. Alle, die auf so einen Adventskalender wie im letzten Jahr warten, muss sich leider etwas enttäuschen. So viele kleine Schaltungen mit wenigen Bauelementen, die man in zwei Minuten erklären kann, gibt es nun auch wieder nicht. Jeden Tag hier ein größeres Projekt vorzustellen, würde meine Möglichkeiten übersteigen. Ich habe mir aber überlegt, was ich als kleines Trostpflaster anbieten kann. Es wird wieder kurze Videos geben, allerdings nur zu einem Thema. Wir werden einen kleinen 24-teiligen Einführungskurs zum Thema Arduino oder allgemein Mikrocontroller machen. Das ist jetzt für alle, die sich damit schon gut auskennen, sicher nicht so interessant, also eher was für Einsteiger und die, die sich bisher da noch nicht so richtig herangetraut haben. Noch ist ja Zeit, sowas auf den Wunschzettel zu schreiben und sich unter den Weihnachtsbaum legen zu lassen. Heute im ersten Teil geht es um die Frage, was ist ein Mikrocontroller? Ist das das gleiche wie ein Mikroprozessor oder was? In meinem PC werkelt ein Mikroprozessor, der im Wesentlichen aus einer Recheneinheit besteht. Auf der untersten Ebene macht der Computer ja nicht mehr als mit binären Zahlen zu rechnen. Dazu einige Register, das sind einfach Speicherzellen zur Zwischenspeicherung. Im Prinzip läuft das so ab. Eine Zahl kommt in Register A, die andere in Register B. Dann bekommt er den Befehl, was er damit machen soll, also zum Beispiel beide Zahlen addieren und das Ergebnis in Register C zu laden. Die Zahl der Register ist begrenzt, deshalb müssen die Ergebnisse in einem externen Speicher ausgelagert werden. Von dort hat er sich auch die Anfangswerte und die Programmanweisungen geholt. Ohne den externen Speicher kann der Prozessor nicht allzu viel mit sich anfangen. Dazu kommen noch externe Ein- und Ausgabe-Schnittstellen, zum Beispiel für Tastatur, Maus, Bildschirm oder Soundausgabe. Das System ist flexibel, leistungsfähig, aber auch teuer. Beim Mikrocontroller werden Speicher und einige Ein- und Ausgabekomponenten mit auf dem Chip integriert. Nach dem Aufspielen eines Programms kann er selbstständig arbeiten. Er ist quasi ein Ein-Chip-Computer im kleinen Format. Eingesetzt werden sie meist für ganz spezielle Einsatzzwecke, weshalb er gar nicht so flexibel und auch nicht so schnell sein muss wie ein großer Computer, der komplexere Aufgaben erledigen muss. Die Vorteile des Mikrocontrollers sind neben dem einfachen Aufbau auch geringere Leistungsaufnahme und Kosten. Aus dem Alltag ist er nicht mehr wegzudenken, denn man findet ihn bei vielen Geräten, in denen es eine Programmsteuerung gibt, zum Beispiel in einer Waschmaschine. Um technisch nicht ganz so versierten einen einfachen Zugang zur Verwendung von Mikrocontrollern zu ermöglichen, wurde die Arduino-Plattform aus Hard- und Software entwickelt. Wie der Name vermuten lässt, stammt die Idee aus Italien. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Arduino-Boards, die sich an Ausstattung und Anschlussmöglichkeiten unterscheiden. Wir werden uns in den nächsten Tagen speziell mit dem Klassiker, den Arduino Uno, beschäftigen. Und den sehen wir uns morgen mal etwas genauer an.